Cap Trader mit Kai Hoffmann auf der Deutschen Goldmesse. Ja Kai, in deinem Studio sozusagen zu Besuch. Wir sind am Ende angelangt, der zweite Tag. Du bist müde, ich bin's auch. Das waren zwei tolle Tage. Super, danke dir Dominik. Also wie, falls ich jetzt über meine eigenen Worte stolpern sollte, ich bin wirklich blankt. Ja, bei mir auch. Ich habe auch so viele Interviews gemacht mit so vielen Firmen. Ach, Wahnsinn. War super. Ja, und die Stimmung, die wir mitgenommen haben. Also die Stimmung war sehr, sehr positiv. Also wir haben ja echt Glück gehabt mit unserem Timing. Klar, das haben wir uns absichtlich so ausgesucht, dass der Gold natürlich in der Woche auf Zwischenhochs läuft. 18,65, Silber über 25 Dollar. Das war eine positive Grundstimmung im Raum und das hat man schon gemerkt. Ja, aber ich glaube, du hast echt einen wahnsinnigen Schritt gemacht, dass du hier Mining nach Deutschland gebracht hast. Also dieser Enthusiasmus auch von, es waren ja nicht viele Deutsche da, es waren Deutsche da. Aber auch, was mich überrascht hat, junge Leute, die in Mining investieren, so richtige Geeks. Ja, wir haben auch einige gefunden. Ich habe mit einem gesprochen, der hat über Twitter, also informiert er sich über Mining und hat gesehen, was wir machen und ist gekommen. Und das ist ganz interessant, weil das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe mit SF Live, mit unseren Live-Interviews. Wir versuchen das so, die virtuelle mit der Offline-World ein bisschen zu verbinden. Und das hat mich gefreut, das zu sehen, dass auch ein, zwei Leute aus der Schiene dann hier teilgenommen haben. Ja, vielleicht finden einige Besucher hier den nächsten Ten-Bagger. Darauf kommt es ja an bei vielen Investoren. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich glaube, du hast so viel Erfolg gehabt mit der Messe, dass, ja, gibt es ein Reset? Gibt es 2.0? Genau. Also im Mai planen wir das, Mitte, Ende Mai. Wie wird den Hotelvertrag vor mir liegen? Deshalb ist es noch ein bisschen schwierig mit den Daten. Aber wir wollen es wieder tun. Ja, der persönliche Touch, der Kontakt mit den Minengrößen, das ist, ja, und die Speaker, die du gehabt hast, Ronny Stöferle, Keith Neumeyer, Willem, also war toll. Nee, also das Ganze hat auch nur funktioniert, dank der Unterstützung, A, von euch, auch CapTrader, aber auch von, wie gesagt hast, Willem Mittelkopf, Ronny Stöferle, Niki Erzett-Bell, die extra aus Kanada hierher geflogen ist, um zu präsentieren. Wir hatten Christian Wazian oder auch Keith Neumeyer. Wahnsinn Support, sonst funktioniert das nicht. Auch die Firmen haben verstanden, was wir vorhaben, haben das Konzept unterstützt und es war echt wirklich, waren tolle zwei Tage. Ja, und alte Hasen waren auch dabei, auch deutsche Investoren, die irgendwie schon gefühlt seit Jahrzehnten irgendwie Private Placements gemacht haben. Also alles dabei gewesen, ne? Richtig, war wirklich alles, die man die letzten zwei, fünf Jahre quasi auch nicht gesehen hat. Und die sind jetzt wieder mal rausgekommen und man hat die wieder gesehen und die haben einen strahlenden Gesicht gehabt. Das war schön. Ja, du hast Gold- und Silberpreis, das erwähnt, ist ja im Steigen begriffen. Heute Morgen hatten wir eine Präsentation von Herrn Wazian, der sagte, hey, Green Alarm könnte sein, dass es jetzt über die 2000er geht. Also gute Vorzeichen für deine Maimesser, ne? Wahnsinn. Also mal gucken, ob das Momentum so anhält. Inflation, Deflation. Christian sagte eher, also Christian Wazian sagte eher, ah, Inflation ist doch eher transitory, basierend auf seinen Thesen, was sehr interessant ist. Aber dafür hatten wir andere Keynotes, die sagten, wow, Inflation, das wird das alles nach oben treiben. Mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Das Momentum ist da. Ja, der Dr. Polleit war auch dabei. Der meinte ja so 5, 6, 7 Prozent könnten natürlich werden in den nächsten Jahren. Wie könnte man sich besser schützen als mit Gold, Silber, Rohstoffen und dann natürlich den Miningwerten dazu? Genau, reale Assets. Ich bin leider kein Immobilienexperte. Normalerweise müssen wir noch ein, zwei Immobilienexperten hier mit dabei haben und das in eine Real Asset-Konferenz umwandeln. Aber Gold, Silber, physisch, aber auch Minenaktien, die profitieren natürlich exponentiell von steigenden Gold- und Silberpreisen. Ja, Wahnsinn. Ja, wir sind, glaube ich, angelangt. Wir sind beide durch. Also, liebe Zuschauer, schauen Sie auch auf unserem Kanal. Wir haben echt sehr, sehr viele Interviews gemacht, die wir nach und nach präsentieren werden. Dabei sind Interviews mit Größen wie Keith Neumeier, Dr. Thorsten Polleit, Wille Mittelkob, Ronny Stöfele und Christian Wazian. Dann haben wir noch eine Menge Interviews mit den Verantwortlichen von zig Mining-Unternehmen. Lassen Sie sich von den kurzen Vorstellungen inspirieren, um womöglich Ihren persönlichen Ten-Bagger zu finden. Sollte die Inflation und steigende Rohstoffpreise weiterhin ein Thema bleiben, dann könnte der Mining-Sektor ein noch spannenderes Feld werden und eine interessante Beimischung für Ihr Depot sein. Abonnieren Sie unseren Kanal, klicken Sie auf die Glocke und nach und nach werden wir den Content veröffentlichen. Die Interviews müssen übersetzt werden, deswegen dauert es ein wenig länger als mit deutschen Inhalten. Du auch deinem Kanal hast auch ein paar dazwischen machen können, ja? Ja, ich habe es versucht. Ein paar habe ich hingekriegt, war doch einiges los. Aber Dominik, vielen Dank für die Unterstützung, hat mich echt gefreut, dass wir uns dann auch mal persönlich kennengelernt haben. Ja, stimmt. Das hat, richtig, deshalb habe ich mich auch darüber gefreut, viele Investoren auf Firmen, die ich die letzten zwei Jahre nicht gesehen habe, die ich auch virtuell interviewt habe, endlich mal auch persönlich gesehen zu haben. Wahnsinn. Also, liebe Zuschauer, ja, wir sehen uns im Mai. Eröffne jetzt dein Depot bei CapTrader und sichere dir Minenaktien im Wert von 50 kanadischen Dollarn kostenfrei. Eröffne dein CapTrader Depot, um im neuen Jahr mit günstigen Ordergebühren und ausgezeichnetem Service durchzustarten. Gib dafür einfach bei der Depoteröffnung unter dem Punkt, wie haben sie uns gefunden, das Stichwort Goldmesser ein und sichere dir die exklusiven Vorteile. Solltest du jetzt noch nicht überzeugt sein, wir legen noch eine Schippe drauf. Zusätzlich zu den kostenlosen Minenaktien und den ohnehin günstigen Ordergebühren bieten wir dir eine One-on-One-Betreuung bei der Depoteröffnung und eine individuelle Einweisung in unsere Systeme. Diese Aktion ist gültig bis zum 31.12.2021.